damit habt ihr nicht gerechnet zweiter weihnachtstag aber ich bin da mit einem neuen video für euch ja also erst einmal herzlich willkommen in dem heutigen videobeitrag ja da habe ich eine oder wieder einmal eine relativ aktuelle und auch überaus interessante studie vom world gold council mitgebracht und zwar über die gold reserven der weltweiten zentralbanken ja die ich aber leicht verständlich zusammenfassen werde denn nicht jeder kann sich für die machart wissenschaftliche untersuchungen begeistern und nicht selten muss man auch zwischen den zeilen lesen sozusagen ja die besagte gold studie wenn man so will ist jedenfalls insofern besonders interessant als sich vertreter von zentralbanken so gut wie gar nicht zum thema gold äußern und wenn dann findet es politisch medial grundsätzlich keine beachtung und ja das auch aus guten gründen möchte ich meinen wie wir heute aber auch wieder einmal eindrücklich sehen werden aber bevor es losgeht an dieser stelle noch einmal der ganz kurze hinweis dass dieser youtube kanal hier nur mit eurer aktiven unterstützung fortgeführt werden kann auch im neuen jahr 2024 und zwar indem ihr genau jetzt völlig kostenlos diesen youtube kanal hier abonniert sowie auch die glocke aktiviert ja auf diese weise verpasst ihr kein zukünftiges video von mir und ich kann weiterhin absolut unabhängige inhalte mit euch teilen ganz genau jetzt aber endlich zur studie es wurden insgesamt 57 zentralbanken zu ihren gold reserven befragt und es wurden die folgenden ergebnisse im wahrsten sinne zu tage gefördert 71 prozent der weltweiten zentralbanken sind der überzeugung dass ihre gold reserven bis etwa mitte 2024 steigen werden ja im allgemeinen steigen werden und die hälfte der zentralbanken plant sogar einen anstieg der eigenen gold reserven in den nächsten fünf jahren um bis zu 50 prozent und als wichtigste einfluss faktoren oder ja als wichtigste faktoren für die gold reserven im allgemeinen wird unter anderem die performance in krisenzeiten angegeben sowie der inflationsschutz jedenfalls wollen sich vor allem die schwellenländer sie wollen sich aktiv von der hegemonie des us-dollars als reservewährung befreien und so kommt es dann auch nicht von ungefähr dass allein china 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 wie auch immer ja im bisherigen jahresverlauf über 400 tonnen gold importiert hat das sind grob 13 prozent der weltweiten minenproduktion und wohl bemerkt handelt es sich bei den besagten 400 tonnen gold nur um die importe und man muss wissen dass china zu den weltweit größten gold produzenten gehört und man kann nur mutmaßen wie viel gold in den einschlägigen statistiken beispielsweise vom world gold council keine erwähnung findet mit anderen worten ist es durchaus fraglich ob die offiziellen chinesischen gold reserven der wahrheit entsprechen meines erachtens sind sie mit guten gründen deutlich höher anzusetzen und auch die gold reserven der türkei ja sind mit inzwischen über 700 tonnen ende november dieses jahres auf ein sieben monats hoch angestiegen und einmal ganz nebenbei bemerkt hat die türkei allein im november dieses jahres auch 188 tonnen silber importiert was die größte liefermenge seit grob einem vierteljahrhundert ist ja ungefähr 24 jahre um es auf den punkt zu bringen die ganze welt setzt nachweislich vermehrt auf edelmetalle weil anhaltende krisenzeiten im allgemeinen erwartet werden und das wissen nicht nur kundige anleger sondern das sagen sogar die weltweiten zentralbanken nahezu einstimmig wenn man oder wie man beispielsweise aus der besagten gold studie vom world gold council entnehmen kann und genau das sollte man meines erachtens auch insofern besonders beherzigen sozusagen als man dem ganzen politisch medialen geschwafel vor allem dem im großen und ganzen linken realitätsfernen geschwafel keine große keine allzu große bedeutung schenkt ja beachtung schenkt die zeit für edelmetalle ist genau jetzt das ist nicht weg zu diskutieren ja so viel oder so wenig von meiner seite wie seht ihr das ganze schreibt jetzt gerne einen kommentar unter dieses video einstweilen alles wesentliche zu gold aber auch zu silber platin und auch palladium alles als wertanlagen das erfahrt ihr ausführlich und leicht verständlich in meinem buch das abenteuer edelmetalle ja wo auch sonst möchte ich meinen und wenn ihr allgemein noch mehr videos von mir sehen und ihr meine arbeit hier auf youtube unterstützen möchtet dann abonniert jetzt wie gesagt völlig kostenlos diesen youtube kanal und falls ihr es nicht schon längst getan habt lasst auch einen daumen nach oben da und wir sehen uns sehr gerne im nächsten video wieder euch alles erdenklich gute habt eine tolle zeit eine frohe und besinnliche restweihnachtszeit auf bald